Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leichtgemacht, den Podcast für alle, die gerne mehr über Weine verarbeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weinverstehen leichtgemacht. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dass ich euch heute hier wieder begrüßen darf. Ja, der Titel heute ist, warum dieser Rosé-Wein genauso schmeckt. Damit kommen wir auch zum Ende unserer dreiteiligen Miniserie, warum dieser Wein so schmeckt und heute eben als Abschluss das Thema Rosé. Ja, ich hoffe zunächst mal, dass es euch gut geht. Uns hat es ganz schön zerbröselt nach unserem Urlaub. Vielleicht hört man es auch an meiner Stimme noch. Ich bin jetzt aber schon wieder so weit auf dem Weg der Besserung, dass ich zumindest wieder einen Podcast aufnehmen kann und bin auch gespannt, wie mir nachher die Verkostung der zwei Weine gelingt, weil ein bisschen Kratz noch im Haus, im Hals sage ich schon. Haus ist aber das nächste gute Stichwort. Wir haben zu allem Überdruss sogar noch die Handwerker im Haus, weil wir nämlich ein neues Zimmer bekommen. Das wird in Zukunft dann auch mein Podcast-Zimmer unter anderem sein. Da kann ich dann noch ungestörter die Folgen aufnehmen und die Weine verkosten, wie es bisher der Fall war. Ja, was gibt es sonst zu berichten? Für mich beginnt die Seminarsaison. Das soll heißen, wenn ihr die Folge hört, sind schon drei Seminare gelaufen. Eins habe ich bei der VHS gehalten, zwei wieder bei Schachs Weindepot in Dagelfing und Erding. Und ja, ich freue mich da sehr, weil im Winter ist immer so im Jahreswechsel ein bisschen Pause. Im Hochsommer dann meistens auch. Da haben wir alle Besseres zu tun. Nämlich am Badesee zu liegen, kann man sich jetzt bei den Temperaturen noch gar nicht vorstellen. Aber ich freue mich dann drauf, die Seminare zu halten, einfach wieder mit weinbegeisterten Leuten in Kontakt zu treten. Heute fangen wir dann wieder an, ganz normal, mit Hörerfragen und Feedback. Dann verrate ich euch die drei Key Facts dieser Episode. Dann widmen wir uns wieder der Weinverkostung von unseren zwei heutigen Rosés. Dann gibt es wieder eine Buchempfehlung in Wein der Woche. Und dann wird heute ein bisschen mehr Platz in Anspruch nehmen, die Vorstellung der Weine für die nächste Folge. Weil nämlich, so viel kann ich schon verraten, ich gehe da nachher nochmal genauer drauf ein, die nächste Folge, Folge 5, wird mit die spannendste vielleicht werden, weil es nämlich um den Dreh- und Angelpunkt meines ganzen Ansatzes geht, wie man objektiv die Qualität von Wein beurteilen kann. Aber dazu später, wie gesagt, mehr. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit den Hörerfragen. Wie ihr wisst, schätze ich euer Feedback sehr. Das gibt mir die Gelegenheit, nochmal über das Gesagte nachzudenken, vielleicht nochmal die eine oder andere Korrektur hinterherzuschieben und sich vielleicht mit dem ein oder anderem Thema nochmal genauer auseinanderzusetzen. Und es macht natürlich auch mir besondere Freude zu hören, wie ihr die einzelnen Folgen fandet oder auch einzelne Aspekte. Im Laufe der letzten Woche hat mich ein Feedback von einer Hörerin wieder erreicht und zwar war die Rückmeldung, das klingt zwar alles schön und gut und ergibt vielleicht auch Sinn, aber ich habe mit meinem Winzer gesprochen, der macht das oder jenes anders. Ich will es jetzt gar nicht so im Detail vertiefen, weil ich das auch gar nicht widerlegen möchte oder der Hörerin widersprechen möchte. Es ist vielmehr so, dass es mir nochmal die Gelegenheit gibt, vielleicht zwei Sätze dazu zu sagen, wie das in der Weinwelt so in der Regel läuft und wie ich mir die Wissensvermittlung hier vorstelle. Die Weinwelt an sich ist natürlich sehr umfangreich und weltweit spielen natürlich unzählige Winzerhändler, Experten und was weiß ich noch, was sich die Leute alles berufen fühlen mit und die ist einfach so komplex mit den ganzen Böden, Klimata, Rebshorten, Kellertechnik, was alles eben mit dem Wein gemacht werden kann oder soll. Das führt dazu, dass es eigentlich immer so ist, dass es irgendeinen auf der Welt gibt, der das so macht, anders macht wie normalerweise und als Ausnahme im Prinzip gesehen werden muss. Das kann und will ich hier aber gar nicht leisten, dass ich zu jedem einzelnen Aspekt alle Varianten runterbreche und vorstelle, weil dann hocken wir bei jeder einzelnen Frage hier fünf Stunden. Das macht mir zwar Spaß, aber ich will es eigentlich euch nicht zumuten. Deswegen ist das, was ich euch erzähle, jetzt mal die Fälle ausgenommen, wo ich einfach nicht ganz sattelfest war oder auch mal einfach einen Gedankendreher hatte, ist es aber so, was ich euch hier vorstelle, ist im Prinzip das Normale, der Durchschnitt, das was gewöhnlich ist, was Lehrmeinung ist, was die meisten so machen. Das Spannende, ich gebe der Hörerin total recht, das Spannende ist dann oft, das, was aus dem Rahmen fällt, dass sich ein Winzer was Besonderes einfallen hat lassen, was er mit seinem Wein anstellt. Aber mir geht es ja hier darum, ein grundlegendes Weinwissen, Weinkompetenz zu vermitteln und dann hilft es uns eigentlich relativ wenig, auf die Sonderfälle einzugehen. Die können wir in Zukunft gerne dann nochmal besprechen, aber gerade, wir stehen ja jetzt hier am Anfang meines Podcastes, würde das zu weit gehen, jede Spezialität einzeln aufzugreifen. Ich hoffe, die Hörerin ist mit meiner Antwort insofern zufrieden und ihr habt jetzt nochmal dadurch die Chance gehabt, mein Gesprochenes ins rechte Licht vielleicht nochmal zu rücken. Heute geht es dann, wie gesagt, um Rosé-Weine. Die drei Key Facts dieser Woche, mit denen möchte ich ja immer beginnen, sind folgende. Nummer eins, Rosé-Wein ist in aller Regel keine Mischung aus Rotwein und Weißwein, sondern wird aus blauen Trauben mit einem relativ kurzen Schalenkontakt gewonnen. Key Fact 2 ist, um das zu erreichen, stehen dem Winzer oder dem Weinmacher verschiedene Verfahren zur Verfügung. Das wichtigste Verfahren nennt sich Sainé-Verfahren, das ist französisch. Das heißt, dort wird der rote Most früh abgezogen, bevor sich alle Farbstoffe aus den Schalen herausgelöst haben und man gelangt somit einen relativ farbschwachen Wein. Dann das zweite ist, das frühe Abzug. Der Unterschied ist, dass hier, der Unterschied zum Sainé-Verfahren ist hier, dass der ganze Most verwendet wird und das Sainé-Verfahren ist eigentlich ein Verfahren, um den gewünschten Rotwein stärker zu konzentrieren und beim frühen Abzug will man kein Rotwein machen, sondern möchte aus dem gesamten Most Rosé-Wein machen. Und das dritte ist, auch nicht zu verachten, wird Rosé-Wein meistens, also eher wenige Rosés, aber sogenannte Jungfernweine, das sind die ersten Weine einer Rebanlage, die aus den ganz jungen Rebstöcken, also meistens geht es los, so nach drei bis fünf Jahren, dass die Winzer anfangen, von neu gepflanzten Rebanlagen die Trauben zu ernten, um Wein daraus zu machen und der erste Wein aus einem neuen Rebstock nennt sich Jungfernwein. Die sind meistens qualitativ nicht so hoch und deswegen macht man aus diesen blauen Jungfernweinen ganz gerne Rosés, weil da die Ansprüche nicht so hoch sind. Genau, dann würde ich sagen, erzähle ich euch noch ganz kurz zur Vorbereitung, zur Verkostung. Das ist aber heute nicht sehr speziell. Ich würde euch wieder bitten, zwei Verkostungsgläser vorzubereiten, die Weine gekühlt zu haben. Kühlschranktemperatur ist ideal. Die weiße Unterlage, wer möchte, kann bei mir die Unterlage auch bestellen, gegen Selbstkostenpreis und ja, ihr könnt wieder die Vorlage zur Verkostungsnotiz downloaden. Da würde ich sagen, dann starten wir gleich mit der Verkostung der beiden Weine. So, dann würde ich sagen, dann widmen wir uns mal den beiden Rosé-Weinen von heute. Ja, wo fängt man da am besten an? Wenn man sich die Flaschen zunächst mal anschaut, fällt eins schon mal auf, Rosé wird in aller Regel in transparenten, weißen Flaschen abgefüllt. Die meisten Hersteller wollen natürlich schon im Weinregal auf die Farbe aufmerksam machen und damit auf den, auf die Tatsache aufmerksam machen, dass es ein Rosé-Wein ist. Viele versuchen sich auch über die Farbe zu definieren. Bei den Weinen jetzt in der Flasche fällt schon auf, dass der Tavelle ein bisschen dunkler ist wie der Pinotage-Rosé. Das gibt es aber alles auch noch deutlich heller ins Pinke gehend und dann würde ich sagen, dann gehen wir mal ins Detail von dem Delheim-Pinotage. Das ist ein Wein aus Südafrika. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich bin super gerne in Südafrika, mag auch die Weine ganz gerne dort gibt es super interessante Weingüter und Winzer und Delheim ist einer der etwas größeren Hersteller. Die Ursprungsbezeichnung auf der Rückseite ist Coastal Region, das heißt, der muss jetzt nicht unbedingt aus dem unmittelbaren Umgebung von dem Weingut her kommen. Das Weingut ist in der Nähe von Stellenbosch, das ist der bekannteste Wein-Amber-Ort in Südafrika und die Rebsorte ist Pinotage. Pinotage ist eine Züchtung, die in Stellenbosch entwickelt worden ist vor ein paar Jahrzehnten schon und Südafrika versucht sich mit dieser Rebsorte so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal im Weltweinhandel zu sichern und meines Wissens ist auch Pinotage nicht in nennenswerten Mengen angebaut außerhalb von Südafrika. Das Zweite, was an der Flasche auffällt, ist der Jahrgang 2018 steht vorne drauf. Das heißt, der Wein ist im letzten Jahr gemacht worden. Das kann normalerweise jetzt gar nicht sein, dass man Mitte Januar, Ende Januar schon 18er Wein auf der Flasche hat und vor allem im Handel. Das liegt daran, dass der Wein von der Südhalbkugel kommt und dort ist man quasi immer ein halbes Jahr früher dran wie auf der Nordhalbkugel. Das wird auch zum Teil auf die Spitze getrieben. Es geht halt immer darum oder manche halten es für ein wichtiges Marketing Instrument der erste Wein des Jahres zu sein und viele auf der Südhalbkugel versuchen deswegen schon im Januar auch zu ernten um eben der erste auf dem Markt zu sein mit dem neuen Jahrgang weil viele Leute eben fälschlicherweise meiner Meinung nach immer den neuesten Wein haben wollen da weil viele Weine ja wie schon öfters erwähnt von der Reifung profitieren. Früher war es auch so der erste Wein des Jahres als es noch keine neue Welt gab war der Beaujolais Premier da kommen wir dann wahrscheinlich im Herbst wenn der Wein dann auf dem Markt ist nochmal drauf zu sprechen vielleicht werden wir da einen verkosten aber die Südhalbkugel ist jetzt quasi logischerweise zwangsläufig immer vorne mit dabei dann würde ich sagen fangen wir schenken wir uns den Dehlheim erstmal ein der hat wieder einen Schraubverschluss das macht schön einfach und schauen uns mal den dann zunächst mal nochmal ganz kurz im Glas an die Farbe würde ich als ein Lachsrot vielleicht bezeichnen mit kaum wässrigem Rand von mittlerer Intensität umgeschwenkt in der Nase das erste was auffällt ist dass der Wein natürlich relativ fruchtig ist er verspricht schon auch eine gewisse fruchtsüße mir fällt es nur ein bisschen schwer weil ich nach wie vor noch ein bisschen erkältet bin also verzeiht mir wenn ich nicht alle Aromen heute raus rieche aber es geht auf jeden Fall Richtung rote Beeren bisschen was Herberes ist noch mit drin dunkle Beeren ja aber Erdbeeren in die Richtung würde ich auf alle Fälle sagen dann schwenken wir mal das Glas ja da kommt da noch ein bisschen Citrus mit durch und die Erdbeeren oder die Bären verstärken sich auch nochmal nehmen wir mal den Mund probieren den mal Ja also der Wein kommt mir im Mund zunächst mal sehr fruchtig vor eher auf der eleganten Seite einen leichten Körper würde ich sagen hat noch eine knackige Säure das heißt der Wein kommt eigentlich frisch rüber den Alkohol würde ich nicht als zu hoch ansetzen mit 12,5 ist er ausgewiesen das glaube ich wäre auch das was ich geschätzt hätte das unterstreicht nochmal den leichten Körper macht ihn auch wie schon angekündigt in der Vorfolge wieder gut für die Sommer Grill Party tauglich darf es ja nicht zu viel Alkohol sein sonst geht es zu schnell den Kopf und man hat wenig Freude an dem Wein probiere es nochmal ja die Bären Aromatik steht für mich wieder im Vordergrund und was man jetzt schon mal sagen kann der Wein soll Spaß machen er ist unkompliziert die Länge ist jetzt eher kurz gehalten ich denke man findet zu dem Wein einfachen Zugang er fördert den Trinkspaß den Trinkgenuss er ist süffig könnte man sagen leicht zugänglich eher auf der einfacheren Art würde ich es mal beschreiben und dann würde ich sagen ich mache mal nochmal den Tawell nebenbei auf ins zweite Glas ich hole gerade die Flasche ich bin gleich zurück so da bin ich wieder habe die Flasche aus dem Kühlschrank geholt dann würde ich sagen machen wir die gleich mal auf und nebenbei erzähle ich ein bisschen was ja hier wie gesagt haben wir ein Tawell in der Flasche Tawell ist eine Appellation eine geschützte Ursprungsbezeichnung benannt nach dem gleichnamigen Ort im Großraum südlicher Rohn in der Nähe von dem ganz bekannten Anbaugebiet Chateauneuf du Papp und wie es üblich ist in der Region bauen die Winzer eine ganze Reihe an verschiedenen Rebsorten an und verschneiden die dann zu einem Wein also die Weine von fast allen Appellationen von der südlichen Rohn sind eigentlich Cuvées und zwar nicht nur aus zwei oder drei Weinen sondern aus einer ganzen Latte bei diesem Wein sind acht Rebsorten verwendet worden das klingt nach sehr viel ist es auch und ist aber wie gesagt nicht untypisch für diese Region meistens ist es so dass Syrah und Grenache die dominierenden beiden roten Rebsorten für die Weine dort sind für Rotweine und Rosé Weine der ist schon ein bisschen älter der ist aus 2016 das heißt der hat schon ein bisschen länger Zeit auf der Flasche gehabt der Franzose lässt sich es natürlich nicht nehmen ein Korken zu verwenden heute bei diesem Wein für 8,10 Euro im Handel ist es auch ein Kunststoff Korken das heißt es ist eine noch günstigere Variante wie der Granulat Korken Noma Kork ist in dem Fall der Hersteller das ist auch ein ganz bekannter Kork Hersteller und ist für ja für Kunststoff Korken wird der wird der relativ häufig genommen der Nachteil von Kunststoff Korken ist dass die über der Zeit sprüde werden damit verliert die Flasche an Dichtigkeit und deswegen sind zum Beispiel Kunststoff Korken auch nicht geeignet für Weine die reifen sollen dann schenken wir uns den Wein mal ein Die Farbe im Glas sieht man dass es jetzt doch deutlich anders ist im Vergleich zu dem Pinotage den wir davor hatten hier ist es schon so es geht ein bisschen ins orange farbene es würde vielleicht sagen man ja das geht schon Richtung Zwiebelschalen Farben klar ist der Wein natürlich und ja gut wässriger Randes bei Rosé Wein jetzt nicht so dramatisch dann kommt als nächstes wieder die Nase ja und was man hier schon merkt es ist deutlich weniger fruchtig das heißt wir sind in der alten Welt wieder was ja auch stimmt aber wenn man es jetzt nicht wüsste würde man im direkten Vergleich sagen der erste war viel fruchtiger der Wein ist deutlich weniger fruchtig spricht für die alte Welt kommt mir auch komplexer schon vor in der Nase es ist auch weniger Erdbeer es sind geht mehr in die Waldbeeren Richtung nichts desto trotz sind die Aromen intensiv aber halt nicht so vordergründig fruchtig insgesamt würde ich sagen macht der Wein für mich im Glas schon mal einen ernsthafteren Eindruck der Wein versucht ein bisschen einen höheren Anspruch an sich selber zu vermitteln schon in der Nase dann schwenkt man mal das Glas ja also mir gefällt sehr gut für mich persönlich ist Tavelle eigentlich die Rosé Wein Herkunft schlechthin die ganze Provence ist ja berühmt bekannt für ihre Rosés die sind alle ein bisschen leichter je näher man ans Meer kommt und Tavelle ist so ein bisschen die Wuchtbrumme unter den Rosés aber ich mag das ganz gerne es es ist ein ernsthafter Wein der nicht so versucht den femininen Charakter zu haben oder auch nicht dafür gemacht ist die weibliche Kundschaft anzusprechen sondern er lässt es eigentlich offen er ist ein sehr traditioneller Vertreter seiner Gattung da gibt es natürlich nach oben hin noch Steigerungen aber es ist kein Design Wein der jetzt gemacht worden ist um junge Konsumenten anzusprechen oder weibliche Konsumenten anzusprechen die es vielleicht lieber ein bisschen fruchtiger haben die es vielleicht gerne ein bisschen süßer haben der Wein der ist total trocken ist durchgegoren und hat nichts damit zu tun mit diesen neuen modischen Anführungszeichen Rosé die jetzt gemacht worden sind um neues Publikum zu erschließen ja beim geschwenkten Glas ändert der Wein in der Nase jetzt eigentlich kaum seine Erscheinung ja ich nehme ihn mal im Mund ja was auffällt ist eine gewisse Schärfe im direkten Vergleich das lässt für mich drauf schließen dass der Alkoholgehalt höher sein muss da ich ja weiß wo der Wein herkommt und weiß dass die Rebsorte Grenache verwendet worden ist habe ich das auch schon vermutet bei Grenache ist es nämlich so die Rebsorte bildet sehr hohe Zuckerkonzentrationen aus wenn sie schön ausreift und wenn der Wein dann trocken ausgebaut wird sprich der ganze Zucker von den Hefen umgewandelt wird in Alkohol ist der zu erwartende Alkoholanteil im Wein auch entsprechend höher ein Blick aufs Rückenetikett verrät der Wein hat 14% was für ein Rosé wie man ihn jetzt heutzutage als normal annimmt mit den leichten Fruchtbomben wenig Alkohol natürlich schon deutlich mehr wie das was die meisten vielleicht von den Gummibärchen Rosés gewohnt sind nehmen wir nochmal im Mund ich habe mich jetzt nur auf den Alkohol gerade konzentriert auch hier die Säure macht ihn trotzdem nicht plump oder schwer er ist wie gesagt sehr trocken für mich kommen noch ein paar Anklänge von Kräutern durch das würde ich auf Syrah hauptsächlich schieben er hat schon ein bisschen Tannine noch mit dabei auch das kommt vom Syrah der ja ziemlich straffe Tannine mit sich bringt der Abgang ist auch deutlich länger wie beim Pinotage und der Körper ist natürlich durch den hohen Alkohol auch ein bisschen breiter ein bisschen körperbetonter der Wein insgesamt habe ich schon gesagt macht der Wein für mich einen ernsthafteren Eindruck und ich denke für 8,10 Euro das ist ziemlich genau derselbe Preis wie der Pinotage aber ich denke hier hat man unterm Strich das bessere Preis-Leistungsverhältnis bei dem Tavell weil er einfach mehr Komplexität mehr Länge mehr Anspruch in die Flasche bringt für annähernd desselbe Geld ich denke wir werden jetzt gleich Abendessen ich denke wir werden jetzt den Tavell dann zu den Nudeln noch zu trinken da würde er sehr gut passen und insgesamt ist das auch der bessere Essensbegleiter meiner Meinung nach weil er weniger süß ist der Alkohol braucht natürlich ein bisschen Grundlage und den Pinotage kann man auch so mal auf der Terrasse zum einfachen Salat oder auch ganz ohne Essen mal trinken dann würde ich sagen dann machen wir an der Stelle Schluss ich würde euch wieder empfehlen lasst den Wein vielleicht noch ein bisschen wärmer werden schaut euch die beiden Weine nochmal bei der nicht optimalen Trinktemperatur an und genießt ihn vielleicht auch zum Essen und dann werdet ihr sehen dass es sich mal wieder bewahrheitet dass die Franzosen in vielen Fällen vorzügliche Essensbegleiter kreieren und die Weine es oft schwerer haben ohne Begleitung zu funktionieren was es eben für den deutschen Gaumen schwieriger macht einen Zugang zu französischen Wein zu finden Die heutige Buchempfehlung ist wieder von dem bereits erwähnten Bestseller Autor in der Weinwelt von Hugh Johnson und zwar hatten wir beim letzten Mal den großen Johnson das so ein Standardwerk ist mit Grundlagen und dann gibt es eben noch den kleinen Johnson den ich euch heute vorstellen möchte Der kleine Johnson ist ein sogenannter Jahrgangsführer das heißt das Buch kommt jedes Jahr auf den Markt und das lässt schon erahnen um was es da letzten Endes geht nämlich um die Vorstellung der aktuellen Weine Johnson macht das schon ziemlich lange die erste Ausgabe war 1977 das heißt das ist jetzt schon die 41. Ausgabe wenn ich jetzt richtig gezählt habe und 42. sogar und dort werden quasi immer die letzten Jahrgänge die auf den Markt kamen vorgestellt das heißt es war jetzt nicht nicht nur Weine für den aktuellen für die aktuellen 2019 Ausgabe nicht nur Weine aus 2018 sondern wie ich es jetzt schon mal erklärt hatte zum Beispiel spanischer Reserver braucht einfach eine gewisse Flaschen- und Fassreife um so bezeichnet werden zu dürfen und dann kommen halt die ersten Weine erst drei Jahre nach der Vergärung auf den Markt das heißt der aktuelle Wein aus dem Rioja im 2019 Buch wäre dann ein 2015 Jahrgang zum Beispiel bei Weiswein natürlich anders dort würde man auch eine 2018 in der aktuellen Ausgabe finden das Buch behandelt alle wichtigen Weinbauregionen natürlich angefangen mit der alten Welt allen voran Frankreich Spanien Italien natürlich Deutschland etc kommen einige asiatische Länder vor China Indien lese ich gerade Vereinigte Staaten selbstverständlich Kanada Südamerika Australien Neuseeland und Südafrika das Buch ist relativ dick ich schaue gerade mal die ungefähr 450 Seiten kostet 20 Euro meines Wissens ihr könnt es auch wieder über meinen Affiliate Link bei Amazon bestellen ich kaufe es mir eigentlich fast jedes Jahr einfach um auch zu gucken wie jetzt das ein oder andere Lieblings Weingut im letzten Jahr sich gemacht hat wie mein Lieblingswein in dem Jahr geworden ist etc etc die einzelnen Weingüter sind wieder bewertet besonders hervorgehoben sind dann die besonders guten Jahrgänge und ja es ist aus Nachschlagewerk geeignet kann man auch mal im Urlaub mitnehmen wenn man in der Weinbauregion unterwegs ist es ist ziemlich und ich finde das eigentlich ziemlich gelungen als Jahrgangsführer ja der Wein der Woche das ist für mich heute ein besonderes Vergnügen mir den Wein euch dem Wein vorzustellen und zwar aus folgendem Grund er kommt aus Würzburg ja wie der ein oder andere von euch vielleicht weiß meine Frau ist Würzburgerin und seit wir uns kennen habe ich natürlich eine innigere Verbindung zum fränkischen Wein generell ist es so dass ich jetzt in der Vorbereitung der Folge und auch der nächsten Folgen festgestellt habe dass ein bisschen viel Franken vorkommt bisher und auch in Zukunft vorkommen wird vor allem in der nächsten Folge jetzt kann man sagen gut Franken sicherlich für Bayern das wichtigste Anbaugebiet deutschlandweit muss man sagen zumindest mengenmäßig spielt Franken natürlich nicht die allergrößte Rolle da sind andere Anbaugebiete deutlich volumenstärker Rheinhessen oder Pfalz mal an erster Stelle genannt aber nichtsdestotrotz hat sich die wie in allen Anbaugebieten im Grunde aber auch haben sich die Franken natürlich die letzten Jahre sehr stark gesteigert in der Qualität und ein Wein der für mich Franken besonders gut repräsentiert als Rebsorte kommt natürlich Riesling oder Silvana in Frage heute geht es um einen Riesling und Obwohl Franken ein kleines Anbaugebiet ist hat sie eine Lage die mit zu den berühmtesten Lagen überhaupt in Deutschland zählt und zwar ist das der Würzburger Stein das ist eine Lage die gegenüber der Festung ist am Stadtausgang Fluss im Fluss Richtung gesehen quasi auf der rechten Seite ein toller Südhang der allgemein mit zu den besten Lagen eigentlich in Franken zählt die Lage teilen sich meines Wissens vier oder fünf Winzer und einer der ganz großen Player in Würzburg ist das Julius Spital das Julius Spital ist auch VDP Mitglied deswegen wird diese Lage oder der Wein dann auch als erste Lage bezeichnet und deklariert das heißt der Wein insgesamt heißt dann Julius Spital Riesling Würzburger Stein erste Lage trocken ja der Wein der kostet immerhin 14 Euro aber ein ganz ausgezeichneter Wein den ich letztens auch in meinem Seminar Bayerische Weine verkostet hatte eigentlich war das das Highlight auch des Seminars ist jetzt aus Jahrgang 2015 das heißt der Wein ist jetzt ungefähr drei Jahre auf der Flasche das ist genügend Zeit damit sich die Komponenten des Weines schon gefunden haben und eine Einheit ergeben nichts Nichtsdestotrotz würde ich den Wein aber noch als zu jung bezeichnen der hat sicherlich noch gut und gerne mindestens drei Jahre Zeit zu reifen und meiner Meinung nach ist es auch so dass diese Qualität vom Weine eigentlich auch es verdient haben noch so lange auf der Flasche zu bleiben weil erst dann laufen sie meiner Meinung nach zur Höchstform auf und machen noch mehr Freude und entwickeln ganz neue Komponenten die man jetzt vielleicht so vom Riesling noch nicht kennt und somit ergeben sich dann auch ungeahnte Speise Kombinationen wo man jetzt so vielleicht noch nicht kennt das gilt auch für Silvaner aber für Riesling insbesondere der vielleicht noch mehr Alterungspotenzial hat was zum Beispiel ganz hervorragend funktioniert mit gereiften Rieslingen sind geräucherte Fische ich hatte wir waren letztens am Tegernsee haben Ausflug gemacht dort gibt es die Fischerei in dem Ort Tegernsee dort gibt es dann Tegernseer Saiblinge dort geräuchert und die mit einem gereiften Wein also sprich Weißwein sechs sieben Jahre alt das ist eine Kombination die ist für Götter sage ich mal das ist sowas von lecker und passt wie Faust aufs Auge das muss man einfach mal probiert haben und man muss diesen Wein auch insofern mal die Chance geben entsprechend alt zu werden und einfach mal das selber zu probieren wie sowas schmeckt Julio Julio Spital ist ein großer Hersteller ich verlinke euch natürlich noch eine Bezugsquelle gibt es aber im Prinzip bei vielen Anbietern und ja von der Lage wo er herkommt vom Würzburger Stein stelle ich euch dann auch noch ein Foto auf Instagram ein kauft ihn euch lasst mich wissen wie er euch geschmeckt euch zwar vor nicht allzu langer Zeit erst erzählt dass ich die Anzahl der Weine pro Episode reduzieren möchte damit es nicht zu viel wird ihr auch die Chance habt die Weine nach der Verkostung zu trinken und da kommt natürlich schon einiges zusammen alle drei Wochen zwei Flaschen wenn es dann mehr ist ja geht es natürlich auch irgendwann ins Geld und wird vielleicht auch zu viel für den einen oder anderen nichtsdestotrotz möchte ich bereits heute davon aber eine Ausnahme machen die wird jetzt aber dann auch für einige Zeit die letzte Ausnahme sein und zwar würde ich euch bitten fürs nächste Mal drei Flaschen zu kaufen die nächste Folge die ja am 9. Februar erscheinen wird wird nämlich zum Thema haben wie man objektiv die Weinqualität beurteilen kann und dazu habe ich mir überlegt wir kaufen drei Weine von einem Weingut aus einer Rebsorte und zwar habe ich mich für das VDP Mitglied Castell entschieden das ist wieder in Franken allerdings im Steigerwald ganz im Osten vom Franken und zwar ist es so dass der VDP hat ja eine eigene Qualitätspyramide entwickelt eine vierstufige mittlerweile und ich möchte mit euch einfach den Basiswein des Weinguts probieren die erste Lage und das große Gewächs um einfach mal zu schauen wo das Ende der Fahnenstange qualitativ quasi ist deswegen braucht es auch drei Weine die alle nicht die zumindest die erste Lage und das große Gewächs sind natürlich ziemlich teuer wem das zu viel Geld ist der kann die erste Lage oder das große Gewächs weglassen ich würde euch aber schon ans Herz legen auch mal die 25 Euro für das große Gewächs zu investieren weil bei mir war es auch so ich kann mich noch sehr gut daran erinnern als ich mein erstes großes Gewächs gekauft hatte auch so für 25 Euro war für mich was sehr besonderes aber es war auch einfach ein Aha Erlebnis ein erhellender Wein Moment um einfach auch diese Qualitätsstufe mal zu probieren das heißt ich würde euch bitten Silvana zu kaufen ihr sucht euch am besten ein Weingut aus was Vdp Mitglied ist was diese drei Qualitätsniveaus im Angebot hat und zwar eben alles von der gleichen Rebsorte ich habe mich einfach jetzt für Silvana entschieden es geht aber genauso so gut auch Riesling in manchen Anbaugebieten gibt es Grauburgunder noch allerdings ich würde schon empfehlen dass ihr Riesling oder Silvana nehmt die drei Weine gibt es jetzt alle bei Venexus wieder könnt ihr aber auch natürlich gerne woanders kaufen wichtig ist wie gesagt gleiche Rebsorte gleicher Hersteller alle drei Qualitätsniveaus die aber zwangsläufig auch aus unterschiedlichen Jahrgängen sein werden bei mir wird es so sein der Gutswein 2017 die erste Lage 2016 und das große Gewächs 2015 dann drücke ihr euch den Daumen dass ihr die Weine entsprechend besorgen könnt und ich freue mich dann schon riesig auf die nächste Folge weil das eben der Dreh- und Angelpunkt sein wird um was es mir hier eigentlich geht euch zu befähigen die Qualität des Weines objektiv zu beurteilen da gibt es noch eine kleine Korrektur meinerseits der neunte zweite ist ja bereits heute wo wir die Folge veröffentlicht haben die nächste Folge wo dann die Dreissel Warnert zum Zuge kommen ist dann schon der zweite März dort wird es dann eben um die Qualität objektive Qualitätsbeurteilung beim Weingehen so dann sind wir fast schon auch wieder durch ich fasse nochmal zusammen was heute das wesentliche war unsere drei Key Facts von heute Nummer eins war Rosé ist keine Mischung aus Rotwein und Weißwein sondern ist einer kürzeren Mazaration und Schalenkontakt geschuldet eine Mischung aus Rosé und Weißwein würde man Rotling in Deutschland bezeichnen der zweite Key Fact war für die Erzeugung von Rosé gibt es unterschiedliche Herstellungsverfahren das erste und wichtigste ist das Sein Näh Verfahren womit man versucht Rotweine aufzukonzentrieren und aus dem Nebenprodukt quasi einen eigenen Wein zu machen und dann gibt es den frühen Abzug von der von dem Most von der Maische um das ist wird angewendet bei Weinen wo es nur um die Rosé Weinerzeugung geht und dann der dritte Grund ist eben eine Rosé Weinerzeugung aus Junganlagen mit blauen Beeren bevor man dort in die Rotwein Herstellung einsteigt Ich würde mich freuen wenn ihr heute wieder genauso viel Spaß an der Folge hattet wie ich lasst mich wissen wie ihr die Weine fandet mittlerweile habe ich ja schon auch einiges an Feedback bei iTunes und so erhalten ich würde mich riesig darüber freuen wenn ihr euch dazu hinreißen könntet noch den ein oder anderen Kommentar bei iTunes Soundcloud oder YouTube zu hinterlassen oder schreibt mir ganz einfach wie immer eure Fragen die euch zum Thema Wein beschäftigen mein persönliches Ziel ist es ja bei iTunes bei der Podcast Suche noch ein Stückchen weiter oben zu erscheinen dazu benötige ich eure Hilfe weil ich denke mal je mehr Bewertungen positive Bewertungen man bei iTunes hat desto weiter wird man oben einrangiert dann würde ich sagen machen mir den Sack zu die nächste Folge kommt dann wie gesagt am 2. März dann geht es um die Qualitätsbeurteilung vom Wein das wird eine der wichtigsten Folgen von Wein von meinem Wein Podcast sein ich freue mich auf die drei Silvaner damit würde ich sagen mach mal den Sack zu ich wünsche euch wie immer genussreiche Grüße aus München bleibt gesund bis zum nächsten Mal euer Flüger Ciao Servus bis zum nächsten bis zum nächsten Bis zum nächsten Vielen Dank.